Vöhlkrug-Rückkehr von Erfolg gekrönt, BVB siegten Unterzahl in Bremen Bremen, Traum-Renaissance für Niklas Vöhlkrug. Der Stürmer, der hinter seinem Übergang zu dem BVB dasjenige erste Fleck wie gehabt einmal Holgerendom in dem Weserstadion auflief. Vor der Party emotional verabschiedet, demzufolge besiegte der die das seinige neuer Klub Werder Bremen wenn schon in Minderzahl letztendlich hoheitsvoll mit 2 zu 1, 2 zu 0. Nur ihm wenn schon blieb ein Gewinn verweigert. Es wurde emotional in dem Weserstadion, Niklas Vöhlkrug, der Werder Bremen in dem Sommer hinter vier Jahren in Tendenz Borussia Dortmund trostlos hatte, wurde vor Anpfiff des Bundesligaspiels nebst den beiden Teams auf dem Rasenplatz und planmäßig verabschiedet. Doch dasjenige war für Vöhlkrug und Steddy das seinige neuen Teamkollegen kein Grund, zurückhaltend mit den Hanseaten umzugehen, nach einem abwartenden Start drehten eben diese schwarz-gelben Auf- und besorgten durch Daniel Mahlen. Minute. Der sich den Ball wenn schon zu dem Vollrückzieher auflegte, eben diese Anführung, 21. Für den nächsten emotionalen Verdachtsgrund sorgte schon Jadon Sancho, zum ersten Fleck seit seiner Renaissance zu dem BVB traf der Engländer dasjenige Tor. Es ist der, die das seinige erste Gewinn in dem schwarz-gelben Trikot seit 2021. Den Aufreger der Partie gab es hierbei knapp vor der Pause. Marcel Sabitzer rutschte in eben diese Achilles-Szene von Mitchell Weiser hygienischlich und sah dafür sofort eben diese rote Karte, 45.1. Nach dem Entstimmung jubelte er weiterführend seinen Ergebnis. Im Nachhinein eine harte Entscheidung, eben diese der 29-Jährige freilich ohne sich zu beschweren akzeptierte, demzufolge aber mit einer Geste in Tendenz der Bremer Fans noch für lautstarke Pfiffe sorgte. Das war von A bis Z-Herb für den BVB. Durch den Triumph von RB Leipzig musste unbedingt ein eigener Ergebnis her, weil den Champions League Sportstätte zu halten, eine ganze Halbzeit in Minderzahl nicht hilfreich. Minute grätschte Mats Hummels an dem Ball vorbei, sodass Romano Schmidt blank durch war und Justin Enyorti in Mar nur mehr einschieben musste. Und tatsächlich, in der 70. die Bremer drängten auf den Ausgleich, kamen jedoch zu wenigen zwingenden Chancen. Im Gegenteil, eben diese besseren Entwicklungsmöglichkeiten ausruhen, wenn schon zu zehnt auf Seiten der Dortmunder, eben diese ihre Anführung letztendlich weiterführend eben diese Uhrzeit brachten und einen Arbeitssieg mit heimnehmen.